Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Heute an diesem Sonntag zum Abschluss der Woche. Wieder kein Formel 1 bei mir auf dem Kanal. Geht das übernächste Woche weiter. Also nächste Woche haben wir noch mal 7 Folgen für uns. Da wieder 4, also 11 Folgen kommen danach noch und dann hätten wir es geschafft mit Dirt 4. Dann geht es weiter mit der Formel 1, falls ihr extra nur auf den danach fragt. Ja, wir gehen mal heute weiter mit dem nächsten Teil und zwar der historische US Open. Ausmütige in der zweiten Teil steht heute an. Auf jeden Fall. Los geht's. So, 5,85 Kilometer Albert Forest. So heißt die nächste Strecke. Ja, da kriegen wir aber nicht hin. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, liebe Leute. Ja, okay, auf geht's. Kein Wort vom Marsche. Das kann nur Gutes bedeuten. Ja, auf jeden Fall. So. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, durchsenken, mittig halten, über Kuppe. Links 5, 60. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 200, rechts 4, lang, innen halten, 60. Rechts 5, rechts schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 60. Rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innen halten, rechts schneiden, 130. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 200. Rechts 6, über Kuppe, 80. Rechts 4, über Kuppe, 80. Rechts 6, in der Gute Zwischenzeit. Und links 5, 40, durchsenken. Rechts 6, über Kuppe, 100. Offene Haarnaden, rechts, rechts schneiden. In rechts 5. Links 5. Links 6. Und links 4, lang, 100. Links 4, über Kuppe. Ich habe noch mal die 3 Minuten gepackt bekommen. Ich habe noch mal die 3 Minuten gepackt bekommen. Kuppe, 100, 250. Links 6, über Kuppe, 80. Das sieht so gut aus. Rechts 5. Und rechts 4, 200. Rechts 6, über Kuppe, 80. Rechts 6. Und links 5, 40, durchsenken. Rechts 6, über Kuppe, 60. Rechts seit, über Kuppe. 110, überwählen. 150. Offene Haarnaden, rechts, nicht schneiden. In rechts 5. Links 5. Links 6. Und links 4, lang, 80. Links 6, über Kuppe, 50. Posten, aus. Links 3, lang, innen halten. 300. Links 6, über Kuppe, senke. 150. Links 4, lang, innen halten. Nicht schneiden. 250. 200, überwählen. Boah, da muss ich gerade richtig auf die Eise gehen, weil der was mit 2 rausgerutscht wäre. Es hat ein bisschen Zeit auf jeden Fall gekostet, ist klar. Rechts 6. In links 4, lang, macht auf, innen halten, runter, rechts 6. Und links 5, 40, durchsenken. Rechts 6, über Kuppe, 200. Links 6, über Kuppe, senke. Links 5, 60, bis ziehen. Langsam zum Marschel. Guck. Aber... Einfach hätte der Zitat so eine Zeit gekostet. Aber das ist keine Überraschung. Aber ja, wir haben die unter 3 Minuten gebackt. 2 Minuten 51 haben wir gefahren. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut gemacht. So, geht jetzt sofort weiter mit dem 2. Teil. Das ist alles so relativ kurze Strecken, das geht also alles in einem Bad. So. 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 das ist eine gute zwischenmeldung 5, 4, 3, 2, 1, los, gucke, 100, 100, links 4, und rechts 6, und links 5, links 6, rechts schneiden, und links 4, lang, 80, rechts 6, rechts schneiden, und welten, in links 4, und rechts 6, rechts 6, und rechts 4, rechts 6, und rechts 4, rechts 6, über 100, 150, rechts 4, lang, innen halten, links schneiden, 250, 200, über welten, runter, rechts 2, in rechts 4, 200, links 6, über 100, 200, links 6, über 100, 200, 200, über welten, 60, rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innen halten, rechts 5, in links 6, in rechts 4, über 100, 100, über welten, gucke, 180, links 6, und links 4, lang, 150, rechts 4, lang, macht zu, innen halten, und links 6, nicht schneiden, 200, 200, über welten, 60, rechts 5, rechts halten, über gucke, 60, rechts, vorsicht, rechts 4, blätter, links 3, lang, innen, 250, 200, über welten, 200, 200, 200, das schafft die Karte nicht, bis Ziel, langsam zum Marschrufen, tolles ergebnis, das war unschlagbar gut, die Zeit ist gesetzt, und dann geht es jetzt weiter und gleich mit Teil 3 aus Tolly Forest, 4,2, 3 Kilometer Okay, mit einer guten Position machen wir genug Geld für neue Teile. 5,4,3,2,1, los, links 6, über gucke, senke, nicht schneiden, 80, links 4, und rechts 6, und links 5, links 5, 60, rechts 4, durch senke, mittig halten, über gucke, links, 5,200, mittig halten, übersprung, Viehgitter, 130, links 6, 60, rechts 4, macht zu, über 5, und links 5, 100, 110, über welten, blöde, links 6, links 6, links 6, links 6, links 4, in links 2, rechts 5, rechts 5, und rechts 4, posten, außen, 150, ja, verabschaltet sich so groß, links 6, links 4, und rechts 5, links 6, rechts 4, über gucke, 80, links 4, über gucke, In rechts 6, und links 5, rechts 6, und links 5, 40 durchs Enke, rechts 6, über 100, 200, 200, übermelden. Rechts 5, und rechts 4, 100, 100, übermelden. 100, 200, links 4, nach, innen halt, rechts, 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 links 5, rechts, 80, übermelden. Jetzt haben wir die letzte gleich geschafft. Und links 3, 60, bis Ziel. Es geht schwer bei 2 Minuten. Fast die 2 Minuten sogar noch, knapp nur eine Sekunde drüber. Aber, wir haben es geschafft, liebe Leute. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Gut, dann haben wir das auch hin, hinter uns. So, Teil Nummer 4, für heute, und für den, dann haben wir nur noch ein, Rennen. So, ich sehe da. So, ich sehe da. Okay, viel Glück da draußen. Ich werde dir die Notizen klar und deutlich durchgeben. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 6, überpuppe und Senke, rechts schneiden, 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 200, 200, übermelden, 60. Links 6. Und links 4, lang, 80. Rechts 5. Und rechts 4, 150. Links 4, lang, innen halten, rechts schneiden, runter. Links 6. Und rechts 4. In Welle. Und links 6, 60. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 80. Rechts 5, links 5. In offene Kehren, links, 80. Rechts 4, lang, rechts schneiden. Ja, der wollte nicht so runtschulich, dass ich das gerne wollte. Ich habe das gerne gehabt, hätte. Und rechts 6, rechts schneiden. Ich wollte in der 60, dass ich komme. Rechts 6, überpuppe, 150. 100, übermelden. Oh Gott, das steht. Und links 4, lang, 250. 200, übermelden. Rechts 6. Und links 5, 40. Nicht durch senken, Spritzwasser. Rechts 6, überpuppe. Rechts 5, rechts schneiden. Und rechts 4, rechts schneiden. 100. 100, übermelden. Kuppe, 180. Rechts 5. Und rechts 4, 200. 200, übermelden. Runde 50. Links 4, lang, innen halten. Nicht schneiden. Runde 50. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 6, nicht schneiden. Und welten. In links 4. Und rechts 6. Rechts 6. In links 4, lang. Macht auf, innen halten. Nicht schneiden, 200. Links 4, lang. Innen halten. Rechts schneiden, 100. Rechts 5. In links 6. In rechts 4, überpuppe, 80. Bis 10. So, Teil 4 haben wir auch abgeschlossen. Okay, war zur Warschau. Einrede haben wir noch diese Woche. Ja, und morgen geht's weiter. Bis die jetzt durchgehen, erstmal dürfen wir, bis wir das neue F1 kommt. Gut gemacht. So. Quailing for us. 7,5 Kilometer, der nächste Teil. Und dann haben wir's. Dauert natürlich jetzt wieder einen kleinen Moment, bis der hier für dich geladen hat. Jawohl. Okay, bleib konzentriert. Die Dunkelheit macht es uns besonders schwierig. Ja, auf jeden Fall. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, durchsenke, mittig halten, überpuppe. Links 5. Rechts 6. Und wenn in links 4. Und rechts 6. Ich würde ein bisschen mehr bei sich gehen. Links 6. Durchsenke, Sprezzwasser. Rechts 5. Und links 6. 200. Links 6. Überpuppe, senke. 60. Rechts 4. Lang. Und rechts 6. 200. Links 4. Lang. Innen halten. Nicht schneiden. 150. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Grunde 50. Rechts 3. Und links 6. 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Links 5. 60. Scharf rechts. In rechts 6. Lang. 60. Links 6. Nicht schneiden. Und links 4. Lang. 100. Links 4. Und rechts 6. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 6. Nicht schneiden. Upsi. Und wählen. In links 4. Und rechts 6. 150. Rechts 6. Überpuppe. 80. Ah, es ist halt auch 4 Sekunden verloren. Und rechts 4. Vorste und außen. 60. Und rechts 6. Rechts 6. Und links 5. 40. Durchsenke. Spritzwasser. Rechts 6. Überpuppe. Rechts 4. Lang. Nicht schneiden. Und rechts 6. Rechts schneiden. 200. Rechts 5. Lang. Innen halten. 150. Links 4. Und rechts 6. Und rechts 6. Und links 5. 80. 110. Überwälder. 60. Links 5. Überpuppe. Rundlein. Rechts 5. Überpuppe. 110. Überwälder. 60. Posten außen. Ordner. Kehre. Links. 150. Mittig halb. Überstrom. Viehgitter. 80. Rechts 6. Und links 4. Und rechts 6. 60. Rechts 4. Lang. Und rechts 6. 130. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. 60. Links 4. Komm. Jetzt mit der letzte Folge. Uh. Da sollte man aufpassen. Und links 5. Und rechts 5. Rechts 5. Und rechts 4. 60. Links 6. Nicht schneiden. Und links 4. Lang. 130. 110. Überwälder. Links halten. Überpuppe. 200. Rechts 3. Lang. Innerhalb. 100. Rechts 5. Links halten. Überpuppe. Gleich Sprung. Links 4. Durchsenke. 60. Aber vor schon 24,001 Sekunden. Also 24,02. 60. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Links 3. Dann innen halten. 100. Links 5. 60. Bis 10. Und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir es Gott sei Dank geschafft. Und mit dem Abschiedsieg. Und mit dem Gesamtzieg sowieso 5 Ränderbau wieder gewonnen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Deine Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 So Dann haben wir das auch erledigt Das war's für diese Woche, liebe Leute So, jetzt gehen wir noch gleich in den Meisterschaftsrückblick Reicht auch nicht ganz so Level 40, klar Aber wir haben wieder 50 Punkte So, dann haben wir das auch erledigt Bei uns eine neue Aufnahmesession Wir sind hierbei die eine Folge noch Weil ich zwischendurch noch ein bisschen was anderes gezockt hab Privat Gut, der nächste Teil Mit der historischen Interkontinental Rallye Das werden wir dann erst Morgen sehen Und dann hoffentlich Ja, unter anderem aber Die historische Vorhunde Ich hoffe, dass wir die Kompletten Teile noch Nächste Woche komplett machen können Dann fangen wir damit an Dann geht's ja direkt quasi Zack, zack, zack Ja, zwei, vier, sechs Das wird nicht ganz aufgehen, ne? Das war jetzt an dem Sonntag Ja, wie immer so Wir werden es ja noch nicht versehen Egal, schauen wir mal Kann ja auch so, dass die Recken So, unermal lang sind Dass wir halt splitten müssen Ich mache mir da gar keine Gedanken drum Jetzt schauen wir mal einfach Wir sehen uns dann also quasi wieder morgen Um 14 Uhr damit Der ist zur ökischen Interkontinental Rallye, ne? Bis dann und tschüss